Du wunderst dich, warum andere viel mehr Schaden machen als du? Es gibt da einen simplen Tipp und der heißt Durchdringung. Denn Durchdringung ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Stat, der euren ausgehenden Schaden beeinflussen kann. Ich möchte dir heute in diesem Video erklären, aus welchen Quellen du Durchdringung erhalten kannst, welcher Gegner wann wie viel Durchdringung hat und was sinnvolle Kombinationen sind, damit du möglichst viel Schaden machen kannst und da möglichst einfach rankommst. Und das können wir uns am besten im Spiel anschauen, deswegen gehen wir da auch direkt rüber. Wie viel Durchdringung haben denn die Gegner überhaupt? Nun, PvE-Gegner, also NPCs in der offenen Welt, in öffentlichen Verließen, Gewölben, haben meistens 9100 Resistenzen, also einen Rüstwert von 9100. Das kann bei Solo-Inhalten zum Beispiel variieren. Da können die auch mal 11.000 haben, mal 18.000 oder auch mal weniger als 9100. In Gruppeninhalten haben vor allem die Elite- und Bossgegner, also die mit verzierten Lebensbalken, immer 18.200 Resistenzen. Das heißt also in Raids, in Fierer-Dungeons, die Bosse haben weitaus mehr als die Gegner in der Open World. Spielerresistenzen funktionieren, was das angeht, etwas anders. Was sind denn die Quellen, aus denen man die Durchdringung erhalten kann? Und wenn du bis zum Ende des Videos dranbleibst, erzähle ich dir auch, was denn sinnvolle Quellen davon sind und wie du die am besten kombinierst. Nun, zum einen gibt es die Effekte kleinerer und größerer Bruch. Das sind wohl auch insgesamt so die mächtigsten, durch die man am meisten durchdringen und am einfachsten rankommt. Diese Effekte kriegt man meistens durch Skills. Das heißt also zum Beispiel hier der Tank, der kann für die gesamte Gruppe mit Durchstoß dafür sorgen, dass größerer Bruch auf dem Gegner liegt, also 6000 Resistenzen ignoriert werden. Und der Templer, der hat jetzt hier zum Beispiel die Fertigkeit, wir suchen sie mal ganz kurz raus, macht des Lichts, die kleinerer Bruch zur Verfügung stellt. Also 3000. Das ist eine mögliche Quelle. Ansonsten gibt es die sogenannte Zerschmetterer-Glyphe. Diese Glyphe kann man herstellen und die sorgt dafür, wenn die auf Zweihandwaffen ausgerüstet ist oder wenn Zweihandwaffen damit verzaubert sind, dass man dann, wenn man regelmäßig Schaden mit dieser Waffe bzw. mit dieser Glyphe am Gegner verursacht, dass die Resistenzen der Gegner dann um 1600 verringert werden. Man spielt diese meist auf Zweihandwaffen und dann meistens mit der Eigenschaft erfüllt, denn erfüllt sorgt dafür, dass die Effektivität von Glyphe nochmal um, wie ihr sehen könnt, 60% erhöht wird. Das heißt also, da kommen dann sogar über 2100 obendrauf, also 2100 Rüstungsdurchdringungen durch diese Glyphe. Ziemlich mächtig. Dann gibt es verschiedene Sets aus verschiedenen Quellen, an die man rankommen kann bzw. über die man durchdringen bekommt. Die bekanntesten dadurch oder dafür sind hauptsächlich Tank-Sets. Hier kriegen wir zum einen aus dem Schreckenskeller, das heißt also hier das schwere Rüstungsset, Karmesin-Schwurz oder Spalt des Karmesin-Schwurz, immer schwer auszusprechen. Sehr gutes Tank-Set und das gibt halt eben, wenn wir den Gegner an dieser Stelle ganz normal mit unseren Standard-Fertigkeiten angreifen. Also führt ihr eine Fertigkeit aus, trinkt ihr einen Trank oder setzt ihr ein Gift ein, erhaltet ihr und verbündet ihr dadurch größere und kleinere Verbesserungen, entsendet ihr eine Schockwelle. Also zum Beispiel, wenn wir auf den Gegner halt den größeren Bruch legen oder den kleineren Bruch, was wir als Tank ja alle paar Sekunden machen, im Optimalfall regelmäßiger als alle 15 Sekunden, dann werden nochmal 3300 Resistenzen abgezogen. Dieses Set jetzt hier ist auf blau. Wenn das jetzt in einer höheren Qualität wäre, dann kann man da glaube ich sogar bis 1500, 1600 Rüstungsdurchdringungen gehen, die dann auch wieder für alle Gruppenmitglieder gilt, das ist also hier ein Tank-Set, was der ganzen Gruppe etwas bringt. Auch interessant ist Bebenschuppen, das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Bebenschuppen verringert die Resistenzen der Gegner in Abhängigkeit dazu, wie viel Resistenzen man selbst hat. Also auch ein Tank-Set bekommt man relativ einfach aus dem 4er Dungeon Wohlenfell, ein Grundspieldungeon. Kann man auch bis zu 2600 Rüstungsdurchdringungen hochschrauben. Das heißt also, wenn man dann den Gegner verspottet, verliert er 2600 Rüstungen, auch sehr, sehr mächtig. Und Old but Gold, würde ich mal behaupten, ist Alkosch aus dem Schlund des Lokarsch, ein 4er Dungeon. Da kann man bis zu 6000 Resistenzen dem Gegner abziehen, in Abhängigkeit dazu, wie viel Magie und Waffenkraft man selber zur Verfügung hat. Das spielt in der Regel dann kein Tank, sondern zum Beispiel ein Unterstützungs-Schadens-Austeiler. Also sowas wie einen Maika-Templer, der vielleicht noch nebenbei ein bisschen heilt. Oder auch durchaus ein Ausdauerschadens-Austeiler, der dieses Set nutzen kann. Meist sind durch den Tank insgesamt 1100 Rüstungsdurchdringungen vorhanden. Das heißt also 9000 allein durch die verschiedenen Brüche und dann nochmal die 2100 durch die Glyphe. Damit sind wir dann knapp bei 11000 Rüstungsdurchdringungen, die in der Regel immer ein Tank zur Verfügung stellt. Da ist in der Gruppe für gesorgt. Das heißt also, wir wollen für uns selber, damit wir, sobald wir mal in der Gruppe drin sind, gute Durchdringungen dabei haben. Und natürlich auch für unsere Open World, so ungefähr 7200 bis 9100 Resistenzdurchdringungen haben. Das ist so unser Ziel. Das heißt also, wenn wir solo unterwegs sind, haben die Gegner ja meistens auch weniger Resistenzen. Da halt eben dann diese 9100 vom Anfang des Videos erwähnt. Und wenn wir in der Gruppe unterwegs sind, bringt der Tank ja schon mindestens 11000 Durchdringungen mit. Da wollen wir also 7200 erreichen. Also irgendwo so dazwischen wollen wir landen, 7200 bis 9100 Durchdringungen ist so unser Ziel. Und da kommen wir jetzt zur, jetzt waren jetzt die Quellen, die ich jetzt da vorgenannt habe, die bringen der ganzen Gruppe etwas. Das heißt also, das waren Buffs und Debuffs und Rüstungssets, die quasi für alle wirken, für alle sinnvoll sind. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, Quellen für einzelne Spieler. Also Rüstungsdurchdringungen, die nur für dich allein relevant ist und die du allein erreichen kannst. Wo man am einfachsten rankommt, ist die Rüstungsdurchdringung durch leichte Rüstung. Denn für jedes leichte Rüstungsteil verringert man die Resistenzen der Gegner um ungefähr... Das ist der falsche Effekt. Ich wollte gerade schon sagen, das ist meines Erachtens mehr. Achso, ich bin blend. Um ungefähr 1000. Ich wollte gerade sagen, 700, das müssten mehr sein. Also ungefähr 1000 Rüstungsdurchdringungen pro leichtes Rüstungsteil. Es lohnt sich also immer ein, zwei leichte Rüstungsteile als Schadensosteller dabei zu haben. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit über Keulen, also Einhandwaffen oder Zweihandkeulen, das sind dann die sogenannten Streitkolben, ebenfalls unsere Rüstungsdurchdringung zu erhöhen. Und zwar, wie wir hier sehen können, um 1650 beziehungsweise mit einer Zweihandwaffe sind das dann halt eben 3300 Rüstungsdurchdringungen bei Streitkolben und Einhandkeulen. Dann, relativ einfach zu erhalten, gibt es den Segen der Liebenden. Den kann man zum Beispiel im Open-World-Gameplay relativ einfach nehmen. Der bringt, wenn man einfach so irgendwelche komische zusammengesetzte Ausrüstung hat, 2700 Rüstungsdurchdringungen. Hat man dann aber gute Ausrüstungen, die zum Beispiel den Effekt göttlich hat, kann man hier auf bis zu 4400 Rüstungsdurchdringungen kommen. Also bis zu 4400 Rüstungsdurchdringungen können wir jetzt hier erhalten. Wenn dann all unsere Gegenstände göttlich sind, hier ist jetzt beispielsweise nur ein Set Gegenstand göttlich. Wenn ich jetzt eine Ausrüstung wähle, wo komplett einmal alles göttlich ist, dann habe ich hier halt eben weitaus mehr. Gut, man müsste dann dazu den auch noch wieder aktiv machen. So, und jetzt haben wir halt eben ungefähr 4400 Rüstungsdurchdringungen. Das ist schon ein ordentlicher Wert, wenn ihr also in irgendeiner Form Rüstungsdurchdringungen braucht. Die Liebende wäre die einfachste Quelle. Und wenn ihr zu wenig Rüstungsdurchdringungen habt, ist die Liebende auch in der Regel stärker als zum Beispiel die Diebin oder der Schatten. Die beiden Monosteine, die man ja vor allem im Gruppengameplay oder im Allrounder-Gameplay eher nutzt, weil man bei denen weniger anpassen muss. Aber wenn ihr merklich zu wenig Durchdringungen habt, wäre die Liebende mit die größte Quelle, wo man am meisten herbekommt. Des Weiteren gibt es noch einen passiven Championpunkt, durch den man Durchdringungen erhalten kann. Und zwar hier im Machtbaum in der Galaxie Erweiterte Macht. Dort gibt es 700 Durchdringungen, die wir erhalten können. Und pro negativen Effekt bzw. Status-Effekt auf dem Gegner liegt, können wir mit dem aktiven Championpunkt Naturgewalt, den muss man aber hier oben reinziehen und ausrüsten, nochmal 660 Durchdringungen erhalten. Das ist auch mit einer der stärksten Championpunkte, wenn einem Durchdringung fehlt. Das heißt also, im Solo-Gameplay ist der ziemlich stark. Wichtig, hier werden nur Status-Effekte gezählt, die physischen Schaden, die als physische Schadens Natur, die der Natur des physischen Schadens oder des elementaren Schadens sind. So, jetzt habe ich es hinbekommen. Das heißt also, da wird jetzt nicht sowas wie beispielsweise kleinerer oder größerer Bruch, wird nicht als Status-Effekt angesehen, sondern solche Sachen wie Brennen aus dem Gleichgewicht bringen, vergiftet. Das sind Status-Effekte, für die ihr dann jeweils 660 Durchdringungen für den jeweiligen Gegner erhaltet. Dann gibt es noch ein paar Eins-Set-Gegenstände, die euch Durchdringungen geben können. Das heißt also, wenn ihr die halt eben ausrüstet, sowas wie zum Beispiel Krax aus Pilzgrotte 1, können wir uns ja mal hier anschauen. Das kann euch halt eben zum Beispiel auch Durchdringungen geben, hier 1400 an der Zahl. Es gibt noch andere Sets, auch Fünfer-Sets, die eben genau diesen gleichen Effekt dann haben, die einen dann 1435 oder ein bisschen mehr, knapp 1500 Rüstungsdurchdringungen geben können. Und dann gibt es noch Klassen- und Volksspezifische Passive. Der Waldelf hat zum Beispiel ein bisschen mehr Durchdringungen und der Nekromant sowie der Zauberer haben durch ihre passiven Fertigkeiten und aktiven Fertigkeiten ein bisschen mehr Durchdringungen. Wir reden da von 1000 bis 1500 mehr Durchdringungen, die man über das Volk oder über die Klasse erhalten kann. Das ist also nicht viel und in der Regel kann man mit jedem x-beliebigen Volk an diese bestimmten Rüstungsdurchdringung-Werte, kann man da relativ einfach rankommen, dann diese 9100 und 18200, egal was ihr da für ein Volk oder für eine Klasse spielt. Was sind denn jetzt übliche Kombinationen, die ich euch auch letzten Endes empfehlen würde? Dazu kommen wir jetzt hier an dieser Stelle und zwar, klar, den Champion-Punkt. 700 Durchdringungen haben wir immer mit dabei. Ein, zwei leichte Rüstungsteile, dann sind wir schon definitiv bei meistens so 2700 Rüstungsdurchdringungen. Und für Leute, die leichte Rüstung spielen, ist das schon genug. Das heißt also, manche spielen auch sieben Teile leichte Rüstung. Wenn ihr vor allem mit magischen Schaden spielt, dann habt ihr ja schon insgesamt siebenmal die knapp 1000 Rüstungsdurchdringungen plus die 700 vom Champion-Punkt. Das heißt also, 7000 Rüstungsdurchdringungen, wenn man alle Teile in leichter Rüstung spielt, sorgen schon dafür, dass man keine weitere Durchdringung braucht. Wenn ihr allerdings mit mehr mittleren Rüstungsteilen spielt, das macht man ja vor allem als Ausdauercharakter, aber auch als Malka-Charakter ist es immer üblicher, da mehr zu mischen, dann würde ich euch eine Kombination aus den ganzen Sachen empfehlen. Also auch wieder hier klar, der Champion-Punkt, da auf jeden Fall dem Spaß mitnehmen. Wenn ihr in der Open World unterwegs seid, dann gibt es einen sehr einfachen Skill, an den man rankommt, der auch Schaden nebenbei macht. Wo ich denke, dass den viele unterschätzen, den kann man durchaus auch als Malka-Spieler mitnehmen. Denn wenn man als Malka-Spieler Ausdauerfertigkeiten mit dabei hat, dann verbessert sich das allgemeine Ressource-Management. Und zwar die geschärften Krähenfüße. Die kriegt man aus dem PvP. Dazu muss man eine kurze Einführungsquest im PvP spielen. Und nach dieser PvE-Einführungsquest im PvP, man muss dafür also keine Gegner töten, hat man bereits schon ein höheres Level. Man braucht dann nur noch wenige Allianzpunkte, um die Krähenfüße freizuschalten. Die geben größeren Bruch auf den Gegner, also 6000 Rüstungsdurchdringungen auf viele verschiedene Gegner. Und da kommt man dann schon relativ einfach dran. Das heißt also, auch das ein guter Weg, um da ranzukommen. Ansonsten auch hier der Tipp, ein, zwei leichte Rüstungsgegenstände und dann läuft das. Also wenn ihr mehr mittlere Rüstungsgegenstände habt, dann wäre meine Empfehlung den Champion-Punkt. Ganz klar, ein, zwei leichte Rüstungsteile. Mindestens, maximal halt eben dann fünf mittlere Rüstungsteile. Und das Ganze in der Open World vielleicht kombinieren mit den geschärften Krähenfüßen und in Vierer-Dungeons oder in Raids dann den Tank darum bitten oder halt eben abstimmen mit der Gruppe, ob ihr sowas wie Alkosch als Unterstützung tragt oder der Tank halt eben sowas wie Bebenschuppen tragt. Und dann kommt ihr relativ einfach daran und habt relativ schnell die 18.200 beziehungsweise für Open World die 9.100 Rüstungsdurchdringungen. So funktionieren das System mit der Rüstungsdurchdringung. Ich hoffe, ihr konntet da jetzt ganz gut dahinter steigen und habt das einigermaßen verstanden. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr, was dafür sorgen kann, dass ihr mehr Schaden macht. Und eine dieser Dinge, die neben der Rüstungsdurchdringung mit am wichtigsten ist, ist die Rotation. Und viele fragen mich immer, wie spielst du XY? Aber ihr könnt auch eure eigene Rotation bauen und die an eure Bedürfnisse anpassen. Und wie das funktioniert, das verfahrt ihr in diesem Video. Schaut euch das also auf jeden Fall an, um noch mehr Schaden rauszuholen, als ihr es mit Durchdringung machen könnt.